Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Okay, cool. Würdest du meine Telefonnummer haben? Oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du einen Schnitt? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich hab meistens so einen Fünfschluss. Soll ich bei dem bleiben, was mich glücklich macht? Ich bin nervt! Warum lösst du von mir davon? Es hat sich ja gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war. Ich war verwirrt. Das mit dem Mädchen. Ich war einfach verwirrt. Du bist so ein schäbiger Lügner. Das mit dem Mädchen. Das mit dem Mädchen. Das mit dem Mädchen.